Kommt die FFP2-Pflicht für den täglichen Bedarf am 24. Oktober wieder? Gesundheitsminister Johannes Rauch will wieder einmal beobachten. Anerkannte Experten wie Virologin Dorothee von Lahr oder Public-Health-Experte Hans-Peter Hutser würden sie gleich wieder einführen. Die ÖVP ist gegen eine Pflicht und Teile der Grünen, also als Rauchspartei, würden lieber auf die Experten hören. Während die Landeshauptleute wollen, dass der Gesundheitsminister eine bundeseinheitliche Regel beschließe. Die Rede ist von der wieder steigenden Corona-Welle. Auch die Hospitalisierungen wachsen stetig an und der Maskenpflicht, um die, so wie bereits im Herbst 2020 und 2021 erneut ein Politstreit ausgebrochen ist. Im Unterschied zu den Jahren davor setzt sich aber diesmal nicht der Gesundheitsminister für das gelindeste Präventionsmittel, wie es selbst die Landeshauptleute von Kärnten bis Vorarlberg bezeichnen, ein. Rauch ist auf einer Linie mit der ÖVP. Die fürchtet, dass eine neue Verordnung sie weiter Stimmen kosten könnte. Während etwa die grüne Klubchefin Sigrid Maurer sowie einzelne grüne Ministerinnen dafür zu sein scheinen. Bis zum 23. Oktober muss jedenfalls entschieden werden, ob eine neue Maskenverordnung für öffentliche Verkehrsmittel und Geschäfte des täglichen Bedarfs kommt. Handelsvertreter sind dagegen. Die Gewerkschaft will Ausnahmen für Angestellte. Insider gehen davon aus, dass es am 23. Oktober nur eine dringende Empfehlung geben werde, auf FFP2-Masken im Innenbereich mit vielen Menschen zu drängen. Der vorläufige Höhepunkt der jetzigen Welle dürfte aber in rund zwei Wochen erreicht werden. Allerdings seien neue Fluchtvarianten, gegen die bereits überstandene Infektionen und Impfungen weniger schützen, im Anmarsch. Und im November könnte die nächste Welle losgehen. Während die Parteien um die neuerliche Einführung der Maskenpflicht streiten, sind sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einig in ihrer Ablehnung. Wir haben nach zweieinhalb Jahren Corona offenbar noch nichts gelernt. Denn die Erfahrung hat uns gelernt, dass der Handel kein Treiber des Infektionsgeschehens ist, protestiert Rainer Treffelig, Handelsobmann der Wirtschaftskammer Österreich. Es wäre ein massiver Rückschritt am Weg zur Normalität, sagt er. Rainer will vom Handelsverband, warnt vor Mitarbeiterschwund. Angestellte haben angekündigt, kündigen zu wollen, sollte die Maskenpflicht in den Geschäften neuerlich kommen.